Motorsport Action vom feinsten und lautröhrende Maschinen. Bereits zum 65. Mal fand am Wochenende in Kempenich die mittelrheinische ADAC Geländefahrt des ADAC Mittelrhein in Zusammenarbeit mit dem MSC Kempenich statt. Und in diesem Jahr spielte das Wetter mit. Hunderte Besucher hatten sich in der Engelner Sandgrube eingefunden, um den Offroad-Bike- und Quad-Fahrern bei dem zuzuschauen, was sie am besten können. In schwierigen Gelände alles aus ihren Maschinen herauszuholen und neue Bestzeiten aufzustellen. Die Idee zum Offroad-Wettbewerb gibt es bereits seit vielen Jahren. Das waren die Vorvorgänger von mir, die seinerzeit die geniale Idee hatten, vor 65 Jahren eine Herausforderung oder eine Geländefahrt aus der Taufe zu heben. Früher waren die Motorräder das Fortbewegungsmittel Nummer 1, noch weit vor dem Auto. Aber wir haben hier unsere Heimat gefunden. Einmal, weil wir sehr gut mit den Vereinen, mit den Gemeinden, auch mit den Genehmigungsbehörden zusammenarbeiten. Und Sie sehen, das ist unsere älteste Veranstaltung im ADAC Mittelrhein überhaupt. Und dass sie heute noch ihre Daseinsberechtigung hat, sieht man an den Teilnehmerzahlen. Die konnten sich wirklich sehen lassen. Über 170 Teilnehmer schwangen sich auf ihre Maschinen und boten den Zuschauern ein lautstarkes Spektakel. Dass dabei der ein oder andere Fahrer auf der Strecke blieb, war nicht verwunderlich. Schließlich hält der Kurs ein paar Abschnitte bereit, für die es Übung braucht und ein gutes Auge. An der bewährten Strecke in der Engelner Sandgrube sowie in und um Kämpenich hält man seit Jahren fest. Einzig, die Natur gestaltet den Kurs von Jahr zu Jahr ein wenig um. Erfahrene Fahrer wissen, wie man mit sich ständig veränderndem Untergrund umzugehen hat. Viele fahren die Spur des Vordermanns mit und das wird immer schwieriger, weil die Spuren immer tiefer werden und somit immer schwieriger zum Fahren. Andere Profis haben den Weitblick, die fahren zehn Zentimeter daneben und fahren da sehr viel unspektakulärer, aber trotzdem schneller. Was den Fahrern besonders auf dem Maisfeld vor Kämpenich zugute kam. Dass sie hier nach einigen Runden bereits Fahrspuren in den weichen Untergrund gedrückt hatten, forderte den Fahrern teils eine Menge ab. Mit Beiwagen hatte man hier leichteres Spiel. Die Zeitnahme übernehmen heutzutage übrigens Transponder an den Maschinen und Sensoren. Von Hand gemessen wird da nichts mehr. So konnten sich die vielen Streckenwarte und Helfer voll und ganz auf die Rennen konzentrieren. Das ist ein Zusammenspiel von vielen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von Ehrenamtlichen. Wir haben heute hier praktisch Helfer von allen Zweiradsportbetreibenden Motorsportclubs im ADAC Mittelrhein hier vereint. Die Werbung jedes Jahr aufs Neue, das müssen Sportkommissare von außen gesucht werden. Aber wir haben sehr viele Fachkompetenzen in unseren Reihen und da sind wir sehr froh drüber. Ein starkes Team eben, das sich hinter den Kulissen um den erfolgreichen Ablauf der Veranstaltung kümmert. Sollten Sie die mittelrheinische Geländefahrt in diesem Jahr verpasst haben, dann macht das gar nichts. Die älteste und traditionsreichste Veranstaltung im Portfolio des ADAC Mittelrhein wird auch im nächsten Jahr wieder stattfinden und hoffentlich bei genauso schönem Wetter wie in diesem Jahr. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank.